Wie sind wir hier nur gelandet? In diesem Drecksloch. Du bist ein Filmstar, schon vergessen. Du bist Birdman. Lass uns noch einmal zurückgehen und Ihnen zeigen, wozu wir im Stande sind. Wieso holst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm raus? Du bist ein Filmstar. Entschuldige! Au! Au! Ich... Ich krieg dir soweit den Arsch auf, bis du erstickst! Du erstickst! Was guckt's dir so? Wie sind wir nur hier gelandet? Sie wurde nicht nach Klöten. Wir hatten alles. Du warst ein Filmstar schon vergessen. Fürchten Sie, die Leute könnten sagen, sie machen dieses Stück, um gegen den Eindruck anzukämpfen, sie seien ein abgewrackter Superheld? Absolut nicht. Deswegen habe ich vor 20 Jahren auch abgelehnt, Birdman 4 zu drehen. Bordman 4! Wir drehen Bordman 4! Mal ehrlich, Dad. Du tust das nur, weil du ne scheiß Angst hast, genau wie alle anderen, dass du unwichtig bist. Jetzt bist du dabei, das zu vernichten, was von deiner Karriere noch übrig ist. Wir hätten die Reality-Show machen sollen, die uns angeboten wurde. Halt die Klappe! Du bist furchtbar zu furchtbar nervig! Hey! Was gibt's? Ruhe dich doch ein bisschen aus. Kapierst du's nicht? Du bist das Original, Mann! Wir starten ein Comeback! Du bist Birdman! Du bist ein Gott! Wieso ziehst du nicht deine Flügel und dein Vogelkostüm an? Fuck! Du Ersteckst! Lass uns doch einmal zurückgehen und ihnen zeigen, wozu wir im Stande sind. Batman! Ich kann hier was Bedeutendes schaffen. Das muss ich nutzen. Hey, Batman! Und jetzt, hör auf, sei zur Grenzen. Du machst mir Angst. Okay, Entschuldigung. Wenn Sie glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dann schließen Sie sich unsere Marsch gegen Ungerechtigkeit an. Diese Leute sagen, sie wollen unsere Kinder umbringen. Sie versuchen, dich einzuschüchtern. Wenn Sie mit diesen Leuten durch Alabama marschieren, ist die Jagdsaison eröffnet. Darf ich was sagen? Wir gehen nacheinander zu. Über eine Runde dann im Verkaufsgebe Dienstleern bei uns! Ich bin ein Wendurch! Mann, mir lief wozu dann! Ich bin der Kost!